Es sind verschiedene technische Neuerungen an dem Fahrzeug, die es so noch gar nicht gegeben hat. Wir haben große Sondernutzungsflächen in die Fahrzeuge reingebracht, die man von jeder Tür aus erreichen kann. Sie können also in jede Tür reingehen und kommen immer sofort auf eine große Sondernutzungsfläche. Wir haben dann den gesamten Innenraum natürlich mit modernen Infotainment versehen. Das ganz Besondere an dem Fahrzeug ist ja, dass es diese Hubsenkeinrichtung hat. Dieses sogenannte Neeling, was man sonst eigentlich nur von Bussen kennt, die sich dann an der Haltestelle absenken, damit man leichter einsteigen kann. Das ist aus unserer Sicht die erste Straßenbahn, die sowas beherrschen wird. Und das war natürlich schon eine Herausforderung, weil das muss ja auch schnell gehen. Also man will ja dann nicht am Bahnsteig stehen und irgendwie 15 Sekunden warten oder eine halbe Minute. Es muss halt schnell absinken, dass man aussteigen kann. Und beim Anheben muss es auch relativ schnell gehen und natürlich auch in diese Normen und Sicherheitslandschaft passen. Das muss alles so funktionieren, dass es hinterher einen reibungslosen Ablauf gibt und dass solche Sachen eigentlich gar nicht den Betrieb groß aufhalten. Und dann haben wir noch ein Feature, dass wir entsprechend die Räume vor und hinter dem Fahrzeug überwachen. Der große Vorteil ist die Kontrastierung bei Dämmerung. Der zweite, noch größere Vorteil ist, dass wir die hintere Kamera parallel zur vorderen aufschalten. Er kann also im Stand am Bahnsteig das Fahrzeug von beiden Seiten sehen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben da über 50 Meter Fahrzeuglänge bzw. Zuglänge in dem Fall. Und Sie wollen mit einem kleinen Spiegel etwas sehen, was hinten in 50 Meter Entfernung ist. Allein das ist schon mal ein Aspekt, auch am geraden Bahnsteig. In einem gebogenen Bahnsteig kann man den hinteren Bereich heute nicht sehen. Und das wird zukünftig der Fall sein. Und so kann man dann Schritt für Schritt sehen, wie sich solche Gedanken ja in die Realität umsetzen. Und das ist schon gut zu sehen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei DSW 21. Dies ist ein toller Tag. Ein toller Tag deswegen, weil es ein tolles Wetter draußen gibt und weil hinter mir ein Brachtstück steht, was wir jetzt endlich in Dortmund bei uns wissen. Ja, es gibt schlechtere Tage, das kann man sagen. Es ist ein guter Tag für Dortmund und für alle die, die den Nahverkehr hier weiter ausbauen wollen. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Nicht nur, dass wir neue Fahrzeuge haben, sondern insgesamt ja auch die Fahrzeugflotte dann aufgestockt wird. Das heißt mehr Fahrzeuge, mehr Fassungsvermögen, heißt mehr Menschen können mit. Und das ist wichtig, weil der Bedarf ist einfach da. Bei der Sicherheit haben wir ein neues Feature eingebaut, die Zwischenraumüberwachung, das verhindern soll, dass Passanten über die Fahrzeuge, über die Fahrzeuge drüber steigen. Und das ist eine Innovation. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist zur energiesparenden Fahrweise oder Energiereduktion in Summe, die Integration eines Drehstromantriebes. Der braucht weniger Gewicht. Dieses geringere Gewicht führt zu einem Freiraum für bessere Isolation im Fahrzeug. Auf der einen Seite braucht der Antrieb weniger Energie und auf der anderen Seite kann ich das Fahrzeug besser isolieren, weil wir in Summe weniger Gewicht haben. Ich habe mir das ja schon angeschaut in Polen und in Leipzig, wie die Produktion läuft, wie das Ganze montiert wird. Und den Wagen heute hier vorzustellen, ist natürlich ein schönes Ereignis. Es zeigt einfach, welche Bedeutung der ÖPNV für eine Stadt hat. Und da geht es ja um weit mehr, als nur von A nach B zu kommen, sondern wir sind ja die Lebensader für so eine Stadt. Die Leute identifizieren sich mit den Fahrzeugen, mit den Farben ihres Verkehrsunternehmens. Und man sieht einfach, wie viele Leute hier sind und wie groß das Interesse ist bei allen, welche Bedeutung auch dieser B-Wagen für die Stadt dort nun tünftig haben wird. Musik 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 Musik